Johannes der Täufer Hallo, du bist doch Johannes der Täufer. Kannst du mich bitte taufen? Nee, Jesus, dich doch nicht. So ein Teuer wie dich. Eigentlich musst du ja mich taufen. Mach's einfach. Wir sind doch alle gleich. Wenn du meinst, dann taufe ich dich halt. Ich taufe dich, Jesus. Das ist mein Sohn, den ich sehr lieb habe.